Ein Geburtstag ist immer etwas Besonderes und ich gratuliere P8 und Herr Magister Georg Hofer ganz, ganz herzlich zu dem 15-jährigen Geburtstag. Für mich ist es eine Freude, mit Georg zusammenzuarbeiten. Er hat Energie, er strahlt viel aus und er hat wunderbare Ideen. Und damit beseelt er auch seine Kunden und ich bin ihm sehr, sehr dankbar für das, was er für mich und das Astoria Relax & Spa Hotel mit seinen Ideen gemacht hat.